Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Nachweise der Reduktionsgruppe. Der Film gehört zur Reihe Qualitativer Trennungsgang Ionenachweise 2. Für die notwendigen Vorkenntnisse solltet ihr bereits das Video Nachweise der Salzsäuregruppe geschaut haben. Mein Ziel ist es, euch in diesem Video ein grundlegendes Verständnis der Reduktionsgruppe zu vermitteln. Den Film habe ich in 9 Abschnitte unterteilt. 1. Einordnung in die Trennungsgruppen 2. Zwei Probleme 3. Die Reduktion 4. Goldabtrennung 5. Palladiumabtrennung 6. Platinabtrennung 7. Selenabtrennung 8. Telurabtrennung 9. Überblick 1. Einordnung in die Trennungsgruppen Bei der Reduktionsgruppe handelt es sich im Wesentlichen um die chemischen Elemente. Gold, Palladium, Platin, Selen und Telur. Es handelt sich hier um einen Teil des Trennungsganges zur Kationentrennung. Erinnern wir uns, wo wir bei der Salzsäuregruppe gestartet sind? Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.